Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil in der Reafer Serie Tagebuchreihe hier auf meinem Kanal. Es hat ein bisschen was gedauert, aber es hat sich leider auch was Positives und was Negatives getan. Also von allem etwas. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und ich denke wir legen dann auch direkt los. Alles in allem sieht das Becken ja gar nicht mal so schlecht aus. Und ich weiß, dass es einige gibt, die sagen, das Becken ist mega, das Becken ist top. Der Meinung war ich eigentlich auch bis vor einer Woche circa oder vor drei Tagen. Ja, da kriegte ich dann nämlich meine ICP, die ich jetzt dann endlich mal gemacht habe. Die letzte ICP, die ich für dieses Becken habe machen lassen, ist ein Dreivierteljahr her. Und in dieser Zeit hat sich ja einiges getan. Und ich war entweder zu faul oder habe reingeguckt, habe gesagt, ja steht doch alles, passt. Aber im Hintergrund ist dann dementsprechend Material so stark gezogen worden, dass ich das durch den Wasserwechsel und durch die Zugabe der entsprechenden Traces, die ich ja auch schon erhöht hatte, nicht mehr ausgleichen konnte. Was man aber nicht gesehen hat. Die ICP, blende ich euch jetzt mal mit ein, hat gerade mal 73%. Und diese 73% sind unter anderem auf das Fehlen von Mengenelementen, wie Fluor, Bohr, Strontium, dann kamen noch Mangan und Banatum, glaube ich, hinzu, was fehlte. Diese Mengen, diese Elemente sind jetzt extrem abgesackt und haben wahrscheinlich das da oben mit der einen Koralle verursacht. So, ich habe jetzt schon bestellt, als ich die ICP gekriegt habe. Hier, die Lieferung ist noch zu. Und da sind dementsprechend Spurenelemente von ATI drin, die ich dann jetzt über einen gewissen Zeitraum dosieren muss, um das Ganze wieder auf ein Level zu kriegen. Das werde ich machen und werde dann nochmal zusätzlichen Wasserwechsel hinterher schieben, eine Woche warten und nochmal eine ICP machen, um zu gucken, ob ich jetzt endlich wieder auf Stand bin. Weil, ja, ihr seht selber, das Becken sieht eigentlich echt top aus. Und es ist tatsächlich so, dass diese, ja, es ist Faulheit. Man denkt ja, warum soll ich eine ICP machen, wenn es doch gut aussieht? Es wächst doch alles. Ja, das ist genau das, was der Norbert zum Beispiel bei dem Live gesagt hat. Ja, gerade dann, wenn es gut aussieht, wenn es wächst, sollte man eine Momentaufnahme machen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Man ist faul. Und ich war faul. Ja, dumm gelaufen. Ja, dumm gelaufen ist noch milder ausgedrückt. Es ist schade, da oben dieses schöne große Tier. Es ist eine Akropora, die relativ zügig wächst. Also ich denke, wenn ich das Wasser wieder ausgeglichen habe und alles wieder da ist, wo es hin soll, dürftet ihr auch wieder relativ zügig nachwachsen. Ja, das war der schlechte Teil. Kommen wir zum nächsten Part. Ich habe das Becken hier abgedeckt, zum Teil, um, ja, ich sag mal, das Verdunstungswasser zu reduzieren. Es ist aber nicht vollständig abgedeckt, weil das Becken muss noch atmen können. Einerseits, ihr seht da hinten, ist auch Luft, muss es atmen können, damit ein Gasaustausch stattfinden kann. Wenn ich es komplett abdecken würde, kann der Gasaustausch nicht stattfinden. Und zum Zweiten habe ich hier natürlich, wir haben momentan elf Uhr circa, und das Licht ist auch noch nicht voll an. Wir haben hier natürlich Verdunstungswasser auf der Unterseite, was im Laufe des Tages dann verschwindet, dadurch, dass es atmen kann. Ich habe aber eine Reduzierung des Verdunstungswassers, beziehungsweise des Osmosewasserverbrauchs von knapp zwei Dritteln. Das heißt also, ich brauche nur noch ein Drittel der Menge an Osmosewasser, was normalerweise hier jetzt rausgegangen wäre, in diesen Raum. Und was dann halt auch nur durch im Endeffekt starkes Lüften rauszukriegen ist. So, das habe ich jetzt seit knapp zwei Monaten drauf. Und nein, die Koralle ist deswegen nicht eingegangen. Also es liegt eindeutig an der ICP. Morgens ist es so, dass wenn ich hier reinkomme und das Licht langsam angeht, ist das Ganze hier noch beschlagen. Aber dadurch, dass ich hier Luft habe, an der Seite und hier hinten natürlich auch, kann dementsprechend natürlich eine Zirkulation stattfinden. Je wärmer die Lampe wird, desto mehr wird hier dann dementsprechend freigelegt. Und das Licht kann dann besser durchgehen. Ich habe im Endeffekt hier oben auch, hatte ich euch damals erzählt, die Lichtleistung reduziert auf 70% runter. Und diese Reserve, die ich da jetzt habe, mir da durch angelegt habe, kann ich jetzt wieder am Top drauflegen. Ich fahre diese Lampe jetzt auf 85% und vom Wachstum her, vom Verbrauch her, ist alles jetzt gleich geblieben. Weil man kann im Prinzip ja am KH-Verbrauch feststellen, passt das oder passt das nicht. Wenn mein KH nach oben geht, bei gleicher Zugabe, dann wachsen die Korallen nicht so gut ab. Ich habe die Lichtleistung erhöht und mein KH-Verbrauch ist gleich geblieben. Das heißt also, das Becken verbraucht tatsächlich immer noch genau das Gleiche wie vorher. Wichtig ist wohlgemerkt, wenn man das abdeckt, dass man noch Licht in Reserve hat. Weil diese Plexiglasscheibe hier nimmt natürlich ein Teil weg. Glas wollte ich eigentlich nehmen, aber Glas schirmt ein bisschen mehr ab. Also besser ist Plexi. Hat natürlich aber auch im Umkehrschluss den Nachteil, man muss es natürlich putzen. Man muss, wie hier hinten, sind obendrauf auch Salzablagerungen von Arbeiten von mir. Von unten ist komischerweise keine Salzablagerung. Da ist nur das Verdunstungswasser hier und da drunter. Weil ich auch nicht zu viel, ja, keine Ahnung, springt keiner, macht keiner Spritzer umgegen. Und wichtig an der Sache ist, dass wenn man Plexi drauf hat, das biegt sich ein bisschen. Das ist hier komischerweise nicht ganz so schlimm. Drüben bei dem anderen Becken, das zeige ich euch in einem anderen Tagebuch, da ist es viel extremer. Da biegt sich das Plexi weitaus mehr durch. Aber alles in allem, muss man eigentlich nur darauf achten, dass wenn man es reinigt, dass es mit einem extrem nassen und flauschigen Tuch gereinigt wird. Ansonsten gibt es nämlich Kratzer, dann wird das Ganze stumpf und lässt im Endeffekt weniger Licht durch. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ich decke es mit Glas ab, dann muss ich noch mehr Power draufsetzen, damit die gleiche Lichtstärke im Prinzip im Becken ankommt. Entschuldigung, wenn ich es. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, ich habe knapp zwei Drittel weniger Osmosewasserverbrauch. Und ich mache mal eben hier unten auf. Das ist jetzt der Verbrauch, ich weiß nicht, ob man es sieht, muss man ja gucken, ja, nicht wirklich. Deshalb wende ich euch separat ein. Das ist der Verbrauch von einer Woche, wo ich normalerweise das Becken schon komplett leer habe. Und ja, das spricht im Endeffekt dafür. Des Weiteren habe ich ja hier, muss ich mal eben gucken, genau, das pH-Meter. Und daran kann man zum Beispiel auch sehen, ob das hier mit der Abdeckung okay ist, weil der pH muss ja in einem gewissen Bereich bleiben. Ich habe hier tatsächlich eine maximale Absackung bis auf 8,0. Gerade eben hatten wir 8,07, aber es ist ja auch jetzt schon eine Zeit lang das Licht an. Und der pH geht am Tag hier auf 8,4, teilweise hoch. Ich habe Atemkalk dran, das ist richtig. Ich arbeite also hier und drüben bei dem anderen Becken mit Atemkalk, um natürlich dafür zu sorgen, dass dann dementsprechend vernünftiger Gasaustausch stattfindet und nicht zu viel CO2 im Becken ist. Somit passt dann auch mein pH-Werk. Und ja, alles in allem. Ich werde das hier weiter probieren, beziehungsweise auch noch weiter darüber berichten, auch drüben beim anderen Becken. Es läuft drüben genauso gut. Und ja, ist vielleicht eine Maßnahme. Wie gesagt, man muss ein paar Dinge beachten. Einmal, dass es nicht komplett abgedeckt ist. Zum Zweiten muss man den pH-Wert im Auge behalten. Und zum Dritten halt, wie sieht es mit meinem Garverbrauch aus? Bleibt der gleich? Muss ich meine Lichtintensität erhöhen? Wenn die Dinge gegeben sind, dann entspricht gegen so eine Abdeckung generell nichts. Die habe ich jetzt natürlich erstmal nur vorübergehend drauf, jetzt für die Wintermonate, weil ich müsste dementsprechend dann mehr heizen, weil ich mehr lüften muss, weil das hier sich dementsprechend in den Räumen dann, ja, ich sag mal, festsetzt, die Feuchtigkeit. Und das ist jetzt teilweise, ja, ich lüfte nur noch einmal am Tag und dann ist gut. Also da kommt immer noch genug Feuchtigkeit drüber, aber es ist nicht mehr die Menge wie vorher. Daher diese Abdeckung. Ja, Leute, das Nächste, was ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesehen habt, warum ist die Anemone jetzt da drüben? Weil ich hier einen kleinen Umbau getätigt habe. Und zwar habe ich hier die Ecke hier hinten komplett neu gestaltet, habe dort hinten in der Ecke die Anemone hingepackt, weil die nicht so viel Strömung braucht und die hier durch diese Faltströmung, also sprich, kommt ja hier oben hin, kommt von oben runter und dann drückt sie hier gegen, man sieht das hier bei der Katafyl ja recht schön, dass da relativ viel, noch viel Druck ist. Und ich habe gesagt, okay, die können wir da hinten hinsetzen, dann können wir hier diese Ecke neu gestalten, um wieder, ja, Platz zu schaffen. Und ich denke mal, das Ganze ist mir relativ gut gelungen. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie es vorher aussah. Und so wie es jetzt ist, das ist, ja, hat ein bisschen gedauert, es waren so knapp zweieinhalb Stunden Arbeit, meine Arme und, ja, haben es mir gedankt. Und ich bin wieder nach der üblichen Methode bei mir vorgegangen. Also ich habe das alles wieder mit Sekundenkleber gemacht, mit Kabelbindern. Man kann auch da sehen, da ist noch ein Kabelbinder dran. Hier im hinteren Teil habe ich auch noch mit Kabelbindern gearbeitet, die dauerhaft drin bleiben, weil es nicht anders machbar ist. Aber alles in allem habe ich jetzt mehr Stellfläche. Die große Akupora, die hier in der Mitte stand, ist hier rüber gewandert. Ich habe jetzt da hinten mehr Platz. Das Becken sieht hier im Bereich etwas lichter aus. Und, ja, alles in allem gefällt es mir besser. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen optisch, ein bisschen mehr Platz. Und, ja, es ist auch wieder ein bisschen mehr Schwimmraum hier und da entstanden, dadurch, dass die natürlich, hier der Bereich jetzt mehr, ja, durch die Äste, die ich verwendet habe, ein bisschen mehr zugemacht wurde. Es sind mehr Höhlen entstanden beziehungsweise mehr Durchgänge. Hier unten habe ich ein Stück Epo reingepackt, was ich drüben weggepackt habe. Warum das hier jetzt reingekommen ist und drüben nicht mehr drin ist, das seht ihr in dem Tagebuch vom Projekt. Da kommen wir dann später zu. Wahrscheinlich haue ich das morgen raus. Aber ihr seht, das ist hier ganz normal mit eingesetzt. Das hat ein paar grüne Ansätze gekriegt und so weit, so gut. Alles okay. Ja, es ist wieder Platz da und die Korallen können sich jetzt wieder ein bisschen besser entfalten. Das wäre der Part gewesen und im Technikbecken hat sich auch noch eine Kleinigkeit getan. Da gehen wir jetzt hin. Ja, Leute, sind wir im Technikbereich. Wie ihr seht, da hinten ist ein neuer Wirbelbettfilter reingekommen. Der Neihaus Talk. Und muss ich echt sagen, das ist ein geiles Ding. Habe ich von einem Bekannten bekommen, der ihn nicht mehr brauchte. Und ja, es ist einfacher zu handeln als den AF90, den ich da hatte. Der ist übrigens jetzt rübergewandert ins Projektbecken, weil er etwas kleiner von der Grundfläche her ist. Und ich somit, da hinten kann ich unbedingt Tetris spielen muss, wenn ich an irgendwas dran muss. Und ja, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Hier seht ihr noch mal den verbrauchten Wasserstand, den ich tatsächlich über eine Woche jetzt nur verbraucht habe im Vergleich zu eigentlich einem kompletten Becken, was das hier leer zieht. Also normalerweise hatte ich einen kompletten Tank hier, das sind glaube ich 54 Liter oder so, muss ich noch mal nachschauen, blende ich euch unten mit ein, der innerhalb von einer Woche hier durchgeht. Und das ist jetzt tatsächlich die Reduzierung der Rest. Also ich komme so gesehen zwei Wochen jetzt mit einer Füllung aus. Also das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, mit den Korallen oben, das passt auch. Man muss halt auf die Kleinigkeiten achten. Technikbereich, also Ablegerbereich, habe ich auch sauber gemacht. Da waren meine Xenien sehr fleißig gewesen. Die haben überall gehangen und haben sich schön gleichmäßig verbreitet. Und ja, was mich noch so ein kleines bisschen stört, jetzt nach einer gewissen Laufzeit, wird der Abschäumer da hinten etwas lauter. Ich habe mir den auch schon etwas genauer angeguckt. Also ich weiß nicht genau, wo dran es liegt. Ich habe wieder alles so zusammengebaut, wie es sein soll. Trotz alledem lässt er sich nicht wieder leiser kriegen. Also der wird wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwann rausfliegen und durch einen neuen ersetzt. UV ist weiterhin geblieben. Das ist die große Debarri AN15. also 15 Watt. Ja, ansonsten hat sich hier unten nicht viel getan. Hinten ist ein neuer Titanheizer noch reingekommen, weil der alte Heizer, mit dem ich da unten gearbeitet habe, der ist nicht schaltgeeignet gewesen. Also nur Titanheizer sind eigentlich dafür geeignet, tatsächlich über einen Temperaturcontroller benutzt zu werden. Deshalb habe ich da unten auch wieder einen 300 Watt Titanheizer genommen. Und ja, hier vorne habe ich noch den Sensor für die pH-Sonde. Alles in allem, hat sich hier unten dann nichts weiter verändert, außer natürlich der Wirbelbettfilter. Ja Leute, das war mal wieder ein Überblick, ein Tagebucheintrag zu diesem Becken. Wie gesagt, es gab einige Sachen, wo ich selber dran schuld bin. Das mit der ICP. Ihr seht selber, es ist Routine gewesen. Man denkt, ja läuft doch, brauchst du nicht. Ist eben nicht so. Alles in allem, aber steht dieses Becken sehr, sehr gut da. Und ich bin eigentlich auch hoch zufrieden, bis halt auf die Kleinigkeit jetzt, dass ich halt nacharbeiten muss. Und ganz ehrlich, die Menge, die ich jetzt hier reinkippen muss, beziehungsweise das, was mich das jetzt gekostet hat, damit ich das auf dem Level halte, steht leider in keinem Vergleich zu dem, was ich eigentlich an Traces hätte reinkippen können. Das heißt, ich habe jetzt mein Material im Wert von 80 Euro wieder bestellen müssen. Also sprich, Strontium, Bohr, Wanner, Fluorid, Vanadium, Mangan, das sind alles Sachen, die nicht hätten sein müssen, wenn man regelmäßig kontrolliert und seine entsprechenden Balling-Materialien anpasst. Also, ich werde es mir auch wieder angewöhnen, regelmäßig zu messen und zu kontrollieren, weil dafür ist dieses Becken einfach zu schön gewachsen und sieht zu schön aus. dass da oben jetzt wieder eine Koralle eingeht, das ist tatsächlich eine Sache, die mir wirklich an die Nieren geht und ich auch nicht gut finde. mich aber dann im Endeffekt jetzt daran wieder erinnert hat, dass ich tatsächlich mehr darauf achten muss und einfach das Becken besser im Auge behalten muss. Alles in allem, aber wie gesagt, ich bin zufrieden, auch hier oben mit der Abdeckung. ich halte das im Auge, werde euch dementsprechend auch noch weiterhin darüber berichten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tagebucheintrag zum Projekt. Das werde ich gleich noch im Angriff nehmen und haue ich das auch dieses Wochenende noch raus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen da und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue und ja, ich kann euch sagen, es wird dieses Jahr noch ein paar schöne Sachen geben. Wir werden noch ein oder zwei Lives machen, darauf könnt ihr euch definitiv freuen, weil es kommt was Besonderes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Baybar. Ich zähle auf euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.